hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu ukulele let's play ja im part 25 und wir sind hier immer nur diesem ipad eis palast auch man nehmen diese versprecher jeden part jeden anfang ich denke hier ist ein rätsel einfach man muss die richtige tür erwischen oder so genau ok jetzt geht es weiter ok zuerst rechts dann nicht geradeaus ok zweimal rechts glaube ich nicht oder zweimal rechts ok zwei schwierige aufgaben nach einem nacheinander so dann gehe ich einfach mal geradeaus hoffentlich es ist die richtige ok zweimal links jetzt haben wir rechts einmal geradeaus dann gehe ich mal links ok stimmt sogar mal kurz moment oder hat es noch ein gegner ich habe es nur aufgeschrieben damit ich es nicht vergesse und jetzt geradeaus oder noch mal links oder rechts ok das wieso hat es jetzt hier ein gegner oder hat es wieder ein gegner hier ich weiß es nicht also zweimal rechts aber geradeaus und dann links und dann geradeaus und dann geradeaus ok ach 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 arg Wenn mein Käfig Schloss ist, zugefroren, könnt ihr mir ein wenig Licht auf die Sache werfen? Wie soll das gehen? Gefallen in diesem Teppich. Komplettes Schlag legen durch Peter. Weißblöcke, Teppich, GmbH. Ich stehe jetzt nicht so ganz. Wir sind hier doch nicht in The Legend of Zelda. Ich meine mein Spiegelschild fällt doch. Ich kann... Jedoch kann... Machen wir hierhin eine Fähigkeit? Und wie schaffen wir das? Hier gibt es auch keine Pflanze oder irgend so etwas in der Wand. Und dieses... Schild... Dieser Eisblock... ... ... ... ... Super, wir haben... ... 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 nicht lösen zu können. Das ist doch... ... 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